Hallo Leute, was gab es heute in einer neuen Folge. New Super Mario was you, Shish Version, Deluxe, Luigi hat Anfälle, 8, aber gar nicht einmal mit der dritten Welt, mit mir eins, heute spiele ich mit Tourette, weil sie es, haben sie noch nicht gespielt, keine Ahnung wie sie spielt, ich habe keine Ahnung wie sie irgendetwas kann. Aber auf jeden Fall 3, äh, äh, Dings, Fick, Rot, Fuck, oh mein Gott, der Typ wird einfach Steine, Alter, Hilfe, guck mal den Abe an, Digga, ich kann nicht so schnell laufen, Rot, Ich habe so keinen Bock auf Wasser, wirklich jetzt, Geh, der ist down, Hätten irgendeiner von diesen, Ich weiß nicht, wie sie wollen, das ist aber kacke, oder? Fuck, ich muss mit Speed machen. Gut, dann warte ich mal kurz. So. Gut, gut. Das hat nicht funktioniert, das hat gar nicht funktioniert. Aber ich habe sie trotzdem bekommen, bitte. Gibt's Blüm? Sniper be like so. Hui. Der Fisch, einfach eingefroren. Der Aim ist aber auch irgendwie scheiße. Aber eins muss ich sagen. Wo kann ich nicht werfen? Fack. Fack. Komm ich da irgendwie da hin? Das Move mit unter Wasser so richtig wird. Das ist ultra wild aus dem Grund, ich habe keine Ahnung wieso. Eigentlich habe ich das da können. Aua. Geh. Let's go, let's go. Alter, die Krone. Lette Rock, Alter. Einfach nur sowas? Betten hier unten vielleicht? Nee, das muss cashen. Buah. Das war lame. Das ist wie er wegslidet, Alter, auch. Okay, dann sollte hier, glaube ich, die nächste Staggol sein. Dritte. Oder ein Warnab. Ein Leben, aber mehr nicht. Leider. Leider. In that moment. Ja, diese, diese fucking, äh, laufbahn des Todes. Oh, jetzt ist Steins. Aber wo ist jetzt das letzte? Wetten, ich muss den irgendwo hier hinschmeißen und dann kommt ein Stagg runter? Hab ich doch gesagt. Juhu. Ist halt so obvious irgendwie. Ist halt so obvious irgendwie. Bist du in einem Level? Bist du in einem Level? I don't care. Kannst du bitte gehen? Verge... Was? B2. 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 ich habe die erste ich kann die reindrücken da aktiviere ich irgendwas ob das im späteren das ist noch eine keine ahnung was es bringt jetzt cash einfach von oben das hätte strömungen durch gefährlich aber machbar ein stern ich glaube ich muss schnell sein damit ich die starke bekomme die sind in so typen drinnen jetzt durch das ganze level oder was ist noch eine röhrer ich hatte gerade so aus dass ich sterbe ich fielte die zweite nicht zurück bis zurück ich habe angst ist jetzt aber schnell weil ich kann dass mich hier raus scheiße ja ich hab mich so ab und ich krieg die bohsche ich gehe oder ich hasse es jetzt was macht das lang ist dieses level was ein guter sprung ich sterben der verkaufs gestolpung im vtf einmal am ende hätte ich jetzt saufen müssen jetzt wow geschafft oh nein btf movement gott auf einmal btf einfach alle auf mich alle 5000 balls auf mich btf was neue rekord egal die wir jetzt in die leber im turm der dort dorf minzmeer ich muss ja noch die alles da kommen fick mich machen dass es hier diese noten was machen die das ist so ja macht immer dahin und wir ein leicht hier ist am blog geht aus gut da ist auch ein ding hier ist irgendwas ist hier unten was ich werde jetzt bei jedem ding nachgucken würde ich jetzt wusste es wo es sind solche söhne wirklich jetzt solche söhne hätten da unten irgendwo keine ahnung wieso ist die da sieht das war ja ultra lehm heimke wer passiert halt die star cool sind geschenkt einfach manche sind aber okay auf gut was der wurde umgebracht easy skill oh ok ist auch bloß ein bonus oder so und die dritte konsult auf jeden fall noch kommen da ist sie ich warte irgendwie sind die starken es echt leben aus jetzt ernsthaft das ist ja ich fühle mich irgendwie betrogen ja der level so richtig ekelhaft jetzt hier einfach so schenken quasi das boot wie soll ich noch mal geht unfair was was keine alte und wer einmal wenn ich brauche wirklich jetzt ich hatte reine auf einer verkauf sie hat schon immer hat item aber jetzt hier nicht was das war ekelhaft ich bin warte die 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 Was? Asしょ? WoW Hier we go! Tu keinen Fall. Engage? engage? Du? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Muffet fuckt mich richtig ab, wirklich im internen Schlagern war. Irgendwann ist unten irgendwas? Nein, ich hatte nichts weiter. Ich so, im gleichen Raum noch eine, so zwei Mitte daneben. Eigentlich das passiert nur in irgendeinem Level. Was, muss ich hier irgendwo einen Wandsprung machen? Betten? Da oben ist was. Ich kotze im Strahl. Ich wusste es, ich wusste es. Irgendwo sowas war mir sofort klar. Ich habe immer noch nicht das eine Level gemacht. Ja, wieso ist da oben ein Bubu? Ist das ein Item? Ich habe alles, also schnell raus. Hey, komm mal her Junge. Oh, was? Jetzt muss Wasser zählen. Diese Söhne. Diese Söhne. Diese Söhne. Ist das ein normaler? Aber trotzdem, diese Söhne. Gibt es hier ein Secret? Exit? Keine Ahnung, mal gucken. Skiesgaastroko. Tschüssh. Schüsch! Was? Egal. Level beendet. Ich habe alles cards accu. Jetzt packend das Video ab. Geht's auch mit Sigrid XC. Sigrid Hexe, was? Oh nein, der schöne Mars. Und oh nein, die fucking Kacke. Kacke, Alter. Ist das doch diese Welt? Ich muss aber auch zurück und ich sag auch nur, egal, wir brauchen nicht schauen. Das ist Minzmeer Wachstumsschuh. Blatt. Ist das eine schöne Wolkenwelt so reinknallen, so random, sowas? Okay, Junge. Yeah, ich bin jetzt oben. Gehen die weg? Okay. Doch, aber nicht mit mir, sondern mit dem random Timer. Random auf jeden Fall. Was ist hier? Nichts. Alles. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Ist einfach random Kameraänderung. Sowas. Ja, was? Wo kommt der her? Die lebe ich noch. Lass die Sackern. Ja, wo kommt die Gubbas hier her? Das ist so unfair. Wir haben die Secret Technik mit Balloons. Balloons, Junge. Balloons. Balloons. Sehret. Eckshit. Fühlt zu einem Level, was scheiße ist. Nicht. Funny, funny. Geh mal. Lassst du dich. Hilb. Fettest Eichhörnchen. Ich will auch sagen. Wer braucht Skill, wenn du das Item hast? Ich brauche Skill. Geh für die zweite? Was? Wie? Wo? Wann? Hilfe? 66.000 Euro gefallen? Mir wird gut. Hey, hier. Nimm einen Pilz. Das ist sogar echt praktisch für manche Level. Wahrscheinlich. Oh nein, das geht nach oben. Über einen Regenbogen. Einfach nur. Was zur Hölle? Inwelt. Stein tot. Stein tot. Diese Röhrer, Alter. Bei dir. Wow. Das ist echt lächerlich. Ich möchte kotzen. Betriebe. Betriebe, ne? Der Typ ist fett. Was? Die Typen sind nicht fett, weil sonst könnten die mit einem Ballon hochfliegen, Alter. Wie bewegen die so drei Gramm? Oh, jetzt haben wir auch alle, äh, 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 Sternenmünzen. Dann machen wir doch... Den Welt 1 Secret Exit. Cool, oder? Ich weiß. Ich bin eine Legende. Ich wusste, dass der als Secret Exit ist. Ich war einfach so faul. Ich wusste immer noch die Star-Cold holen. Ich werde niemals diese Star-Cold holen. Diese Aussage, Alter. Diese Aussage. Schieß dich, bash-bash. Mag meine Scherche. Die Aussage, Alter. Was haben wir hier oben? Cash. Aber über mir ist noch was. Das kann ich einfach hören. Bäh. Boah. Boah. Ja. Bri, bro. Bri, bri, bra, 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 bro. Armin, ich habe den Secret Exit gefunden. Aber er war aber echt Bri. Bri, rr. Oh cool, das ist ein Item. Da fange ich gleich rein, weil ich davon ganz viele brauche. Bald. Jetzt. Ja. Ich meine, das ist ein Level. Mal kurz bei Toads vorbeigucken. Toads, äh, Warenhandel. Was? Achtung auf, Bowser. Was? 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 Ich habe versucht, darauf zu achten, wo die nicht sind. Es hat nicht funktioniert. Ein Pilz. Ich bekomme den sogar noch. Fuck off. Fuck off. Das ist irgendwie schlechter als gar nichts. Diese Aussage, Alter. Aber wie dieses Level, das ist, äh, Eichenhain, Pluper. Superbeschuss. Fuck off. Was da wird, glaube ich, schlimm? Weil es unter Wasser ist. Jedes, was da wird, ist irgendwie schlimm. Wieso überhaupt? Bretten hier irgendwo? Zack, hol. Bist du euch? Jeder, hast du euch. Einfach lebenszerstört. Fuck off. Kein Spaßerlaub. Willst du hier rein? Nein. Da ist eine. Ich mag meine Stromungen. Weil sie sind sehr, sehr strömisch. Fuck off. Ich hasse dich. Ich hasse dich noch mehr. Ich oder? Easy. Skill. Äh, legendäre. Komm, komm, komm. Geh, 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 geh. Aber wie das Ding bringt man halt hier unten nichts. Aber egal. Wer hätte denn dies hier oben die Starcoin? Ah ne, ich bin doch gar nicht drauf. Wer hätte denn dies in diesem Bereich? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du darfst vielleicht? Irgendwie bin ich gut drin geworden, die Dinger zu finden. Die Kinder. Die Kinder. Diese Kinder, Junge. Getärf. Ey, ich will... Fuckin schwimmen, Alter. Lass mich... Äh, äh, äh... Äh, äh... Ich seh, Skill. Hey, it's so good, it's so good. Das habe ich geschafft. Das ist ein bisschen ein One-Up-Boot, der WTF. Egal. Egal, dieses Level, das ist schon, äh, schwierig. Besonders, äh, den, äh, Aspekt davon, dass es Booper sind. redemeister im schuf wird das zum anderen level alles führt dran vorbei die wege werden auch immer länger irgendwie wirklich jetzt jetzt habe ich da schon zwei wege ich komme da schon mehrmals jetzt vielleicht zwischen hin digga einfach nur btf gut und zwar abschied machen wir es noch das eine level da ist sie ab sie das ist die leite gewesen deswegen gestorben unter wasser ist absolut ich bekomme so ein anfall das kann man nicht glauben was ist denn für eine box der kam einfach so nahe der hat mein füße schon angelutscht was btf alter super offiziell horny auf toilette über was so egal leute damit würde ich sagen welches folge feiert wird die wurscht betrug wenn ihr wollt könnt ihr bei diesem zimmer kommen da ist nichts los wir sehen uns in der nächsten folgen von lsmbu wie sie bald